Willkommen zu einer weiteren Runde Quake Champions in der Closed Beta mit Dado, Dado und Kuhnbrand. Guten Tag! Hallo! Oh, die Map kennen wir nicht. Guten Abend. Was kassieren wir wieder richtig? Wir kassieren gar nicht. Ja, wir haben noch nie kassiert. Wir haben noch nie gewonnen. Was kassieren wir? Ein Win. Wenn das mal laden würde hier. Einer lädt wieder besonders lang. Stimmt, Early. Ja, ich glaube auch nie. Ist auch Early wegen seiner AMD-Garfe-Karte? Array Schrauze! Anarchy, Alter, jetzt geht's ab. Ich habe nämlich in der Box eben gerade das Skript der Loot-Chats, also ich habe einen Legendary Char gekriegt. Wollte ich nochmal erwähnen, ja. Ich lacke nicht nur irgendwo anders rein, sondern ich lacke überall rein. Auch in diesem Game hier. Jetzt haben wir alle einen anderen Charakter. Jetzt geht's ab, ey. Early ist der einzige, der noch lädt, möchte ich nur anwählen. Immer noch im Ladebildchen mal rum. Ja. Kurke, AMD halt, ne? AMD, ey. Hast du schon mal versucht, dein Bildschirm an- und auszumachen? Warte. Ja, du bist drin. Da ich OBS auf meinem zweiten Bildschirm habe und sehe, was gerade passiert. Ja, du musst ja auch alle Monitore aus- und anmachen. Alter, deine Schnauze. Bist du jetzt drin? Hm. Nein. Bist du late. Oh, wir spielen schon. Aber Early steht auf jeden Fall da, ja. Oh, bin ich schnell, Alter. Alter, was hast du für eine geile Map? Die ist ja viel besser. Boah, ich gebe mir selbst die Dröhnung. So ein Junkie, hä? Ja, ich bin ein richtiger Junkie. Ich hab mir selbst erstmal für die Spritze gedrückt. Alter, ich liebe meinen Charakter. Was ist der Dino? Dadurch, was hast du denn mit? Ja, ich bin krank. Und bist du auf Skateboard unterwegs. Ja, Hoverboard, Junge. Ich liebe die Exiler. Die labert voll die keine Scheiße. Ist klar. Gibt's da hier einen Nahkampf? Also kann man schlagen. Ey, ich hab dich selbst getötet. Nice. Irgendwo habe ich jetzt den Rocket Launcher, ja. Das ist noch nicht hoch. Stimmt, wir kennen die Map nicht. Wir sollten lieber gucken, wo die Items liegen. Äh, den Rocket Launcher, der ist hier irgendwo ganz unten. Ich hab keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Warte, warte, warte. Ne, hier oben ist der. Das ist ganz oben, äh, wo dieser Fahrstelle in der Mitte ist. In der Mitte dieses, diesen Blutpark. Achso, vielleicht hätte ich ihn auch einfach nur ausprobiert. Ja, ja. Okay, Leute, wart ihr bereit? Geht direkt los, alle. Ich geb mir erstmal die Dröhnung. Keine Ahnung, was das bringt. Ich hab den Rocket Launcher. Ja, unten am Quad. Unten im Blutball ist auch der Quad. Ey, die Map kenn ich. Glaub ich. Ohne, ich hab einen Load Launcher. Ja, ich hab auch einen. Ich hab auch einen. Wir haben zwei. Da bei uns. Ich bin sie win. LOL. Da hab ich den nächsten. Oh, noch mehr da oben. Oh, shit. Oh, shit. Da haben wir beide gleichzeitig gestorben. Ich glaub, es war das Ulti. Bei mir stand Ulti. Was bringen die? Achso, die, die Prozente, die, die... Ah, ok, ok, ok. Den haben wir, oder? Das eine gibt dir Rüstung. Oh, Gott. Das eine heilt dich. Das andere macht dein Ulti schneller. Äh, was ich aber gerade merke... Hinter euch jetzt einer. Äh, die Champions sind unterschiedlich schnell. Ja. Ja, das haben wir schon besprochen. Ja, die Exe, die ist voll langsam, Alter. Dafür hast du aber 150 AP. Oh, Gott. Team total. Ist das nicht Standard? Ne. Roadkill. Oh. Haha. Ah, da haben wir, ich wollte... Wast. Mir gefällt der Charakter. Ich kann Leute überrennen. Ich mach kein Damage. Oh. Hier ist einer. Nein! Den Kameram um die Ecke. Heel Totem. Ich bin gerade voll. Oh nein. Wir kennen Gegner mehr. Ok. Tot. Double Kill. Der Showstopper mit Air. Excellent. Drei Erfolge für einen Kill. Lass mich überleben oder so. In neun Sekunden kann ich heilen. Am Quad. Hier unten am Quad. Hier unten am Quad. Unten am Quad ist jetzt Party Zone. Ja, zwei Leute. Oh, wir haben uns gegenseitig getötet. Ok, dann nehm ich den letzten. Ok, hab einen. Heilung. Ja, liegt auf dem Spot. Ja, ich bin leider auf dem Rocket Launcher gestopfen. Oh, noch einer. Oh, da. Unten sind wir unter dem Quad. Los zum Quad, Leute. Hab ich. Er ist dann jetzt Action. Quad Damage. Oh Gott. Oh Gott. Er ist da. Jawoll. Los Kundi, du musst Leute suchen. Ja. Die verstecken sich natürlich. Verstecken sich. Ey, dieser Panzer alter. Er wird doch gerade von irgendwo beschossen. Da. Hab ich. Showstopper. Den nächsten. Ich hab kein Leben mehr. Er muss down sein. Ja. Ich kann wieder heim. Wo bist du? Quad? Oben beim Rocket Launcher. Ok, ich komm hoch. Ich komm hoch, ich komm hoch, ich komm hoch. Totem. Oh, nice. Er kommt hoch, er kommt hoch. Ah, oben. Ja, hab ich. Noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Ja. Hab ich. Ja, jetzt spielen wir das doch richtig. So spielt man das, ey. Okay. Er hat mich geholt. Er hat auch scheiß stehen gehabt. Zwei Leute hier bei mir. Einer, einer gleich down. Ja, down. Oh, einer nach rechts. Unten bei mir. Hab ich. Okay. Da war noch einer, glaube ich irgendwo. Ja, da ist noch einer. Ich spritte. Ich kann wieder heim, Leute. Wie sieht's aus? Braucht ihr mich? Fast voll. Über mir, in der Mitte. Ja, ja, Mitte down. Dann noch ein dickerer. Oben gegenüber vom Rocket Launcher. Rechts von unten. Der ist low. Der ist richtig low. Oben Rocket Launcher liegt das Totem. Eh voll. Egal. Nein. Ich hab keine Muni mehr für den Rocket Launcher. Einer unten. Uh, Headshot, alter. Jetzt machen wir die Leute, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Wir brauchen wieder einen Roadkill. Sniper gegenüber von Rocket. Swap Damage in 15. Unten unten am Cod, unten am Cod. Hab ich. Nice. Ich setze gleich meinen Totem aufs Quad. Nein. Totem steht. Noch einen. In der Mitte. Jetzt oben. Ich hab Quad Damage. Nein. Wo ist Action? Einer in der Mitte. Ja, der hat einen Hit kassiert. Ja, ist weg. Noch in der Mitte rechts, gleich unten am Cod. Oben ist beim Rocket. Oben der ist low. Quad Damage liegt oben. Rocket Launcher. Der ist aber auch tot. Es sind alle tot oben. Habi, habi, habi. Okay, hau rein Early. Nein. Oh, shit da. Unten, äh, mittlere Etage, Quad. Ha. Jawoll. Wo verstecken sie sich? Oben über Quad, äh, Rocket Launcher. Und noch einer dadurch hinter dir. Ja, der hier ist auch gleich da. Den machen wir, den machen wir. Perfekt. Dadurch brauchst Heilung. Alles cool. Ich spritz mir kurz was. Oh, hier unten. Beim, äh, Teleporter hier. Ja, ich geh hoch. Ist down. Ist down. Gegenüber von uns. Hat kassiert. Heilung am Rocket Launcher. Mal lenken wir hier rüber. Ein, ähm, beim Elevator. Gegenüber von uns. Hier oben. Okay, ist down. Ach, jetzt bin ich gerade im Chargen. Schild. Hier vorne. Was hast du hier vorne? Oh nein, der hat ein dickes Schild. Einer hier beim Elevator. Hochgekommen. Hat kassiert zweimal. Egal. Ey, der lebt noch. Wieso lebt der noch? Der lebt immer noch. Habe ich. Okay. Beide geholt. Heilung auf Quad. Hinter uns. Wo ich komme runter. Zwei Leute da beim Spawnen. Drei Leute da. Nein, jetzt ist die Healung. Die Healung aus. Ne, ist. Ne, ist noch da. Das hält länger. Es muss ein Gegner reinlaufen, glaube ich. Dann ist sie weg. Nice. Ja, bin wieder voll. Sehr schön. Always fun. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter irgendjemanden. Ja, das war nicht gewesen. Aber ich hab noch. Ich bin low. Baited. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die hatte ich los. Oh, komm. Neue Heilung auf Quad. Die haben wir. Oh, Double Totem jetzt. Oh, Alter. Instant Pot. Instant Pot. Ja. Ja. Nein. Ich bin down. Ich bin... Ich bin... Ich bin aufgeben. Letzter Kill und der Quad. Kommt schon. Ja, wir gewinnen Renni. Ja, wir geben der Quad-Macker. Hinter dir unten Quad. Da unten ist der Quad. Ja. Wir haben den Quad, Leute. Schade, ich dachte ich hab ihn nur überrannt. Puh. Ja. War ne schöne Runde. Wir müssen noch den Sieg... Oh, Early wird sogar ausgezeichnet. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Geiler Echse. Ich hätte gerne noch so irgendwelche Towns, die man dann abschieben kann. Ist das ein Porträt eigentlich, oder? Ich bin... Ich bin nur dreimal gestorben. Voll nice. Die Heilung ist ganz geil im Team. Jo. Early, du bist. Ja, Leute. Wenn's euch gefallen hat, lasst uns einen Häuschen oben nach. Schaut bei den anderen vor, bei diesen unteren Beschreibung verlinkt. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.